Wir machen alles selber, Leute. Wir machen alles selber hier oben in unserem Oberstübchen. Und dann kommt unser Leben da durch, gefiltert. Stell dir wirklich vor, dass das, was du da zusammenbrastelst in deinem Köpfelein, in deiner Vorstellung, in deiner Idee, in deinem Denken, dass es wie ein Tier ist vor dem Diaprojektor. Und das wird auf die Leinwand des Lebens projiziert. Deswegen ist für jeden das Leben anders. Aber witzig ist doch, dass für jeden das Leben irgendwie scheiße ist. Das Leben ist zwar für jeden anders, aber es ist für jeden irgendwie scheiße. Woran liegt das? Weil wir dieses Dir, weil wir dieses Denken aus einer Ansicht, aus einer Identität, Identität, aus einem Seinszustand, aus einem Bewusstsein herauskreieren, dass wir nicht genügen, dass wir nicht gut genug sind, dass an uns etwas falsch ist, dass wir fehlerhaft sind, dass wir im Mangel sind, dass immer etwas fehlt. Das haben wir alle gleich.